Untertitelung des ZDF, 2020 Bui, Bui, ist ein Gespenst. Bui! Bui! Darf ich fragen, was das werden soll? Tja, mal sehen. Abnehmbarer Kopf, gruseliges Geistergeheu. Ich bin das Schlossgespenst, Superhirn. Ein echtes Gespenst? Ich dachte, wir tun immer nur so. Ich werde so gruselig spucken, das hier, das hier, das hier. Ah! 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 Willkommen auf unsere romantische Chateau. Romantisch wird es sein, wenn mein Architekt hier fertig ist. Oui. Juli... Oh! Oh! Auf und zahmend! Ich, Julius... Julius... Oh! Ich bin gleich da, Julius. Vor allem Respekt, aber diese Grau ist für kommende Erbs definitiv. Vorsicht! Eimer! Au! Hui! Hui! Du solltest mit dem Spucken endlich aufhören. Du hast andere Talente. Julius, seid ihr sicher, dass euch nichts fehlt? Besetzt. Ich werde euch in Grund und Boden spucken. Hui! Buh! 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 Du bist des Todes, Julius. Ha, 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 ha! Dein letztes Stündlein hat geschlackt, Julius. Oh, wo bin ich denn hier gelangt? Castellan? Hallo? Oh, kann mir vielleicht mal jemand... Hui, Buh!